Und da wird hallo und herzlich willkommen zurück zu Sendevision 1 mit der Rocklady der Miri. Jawohl, ja. Hallö. Jawohl. Und wir machen jetzt einfach mal weiter und zwar im nächsten Einsatz. Und zwar machen wir jetzt hier die Nachschubbeschaffung in 87 Metern. Genau. Und dann würde ich mal sagen, go, go, go. Go, go, go. Der Don, die Ratten sind hier wieder am Rennen. Die machen hier gerade Rattenrennen. Also nicht Radrennen, sondern Rattenrennen? Job. Ich höre was. Du hörst was? Ja. Es piept irgendwo. Da, ich sehe. Achtung, wir haben gestohlener Medizingüter an einem Parkhaus bei der 53. West geortet. Wir brauchen Hilfe bei der Daten. Okay, go. Ja, wir müssen mit dem Hannes dahinten sprechen. Ich glaube, hier liegt auch was. Warte. Ah ja, ein Telefon oder irgendwas. Anton war ein guter Mann. Ich kannte ihn, seit er vor sechs Jahren zum Team stieß. Er war ein fleißiger Arbeiter. Liebevoller Ehemann und ein stolzer Vater. Jawohl. Seine Töchter haben wir nie dasselbe gesehen wie viele... Warte mal ruhig, ich hab doch noch die Aufnahmen. ...einen Helden. Trotz seiner persönlichen Verluste ist Anton stark und ein Teil von etwas Größerem geblieben. Ja, genau. So, ich quatsch mal mit dem. Helfen Sie mir bei der Suche nach den Vorräten? Danke. So, wir müssen die Vorräte suchen. Da müssen wir mich nicht mal krank mehr hängen. Ja. Wie kann ich das abschmeißen? Äh, mit, äh, String. Aber hier ist auch ein Kieper, ne? Pass auf. Scheiße. Scheiße. Oh, der hat mich, der hat mich, der hat mich, der hat mich. Ich komm zu dir. Ja. Schmeiß ne Rollmin oder sowas. Hab ihn nicht mehr. Super, danke. Ich kann so'n Geschütz am besten gleich ausrüsten. Ja, mach ich. Okay. Nimm mal deinen Rucksack. Äh, dein, 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 dein Päckchen da. Ja, mach ich. Ah, jetzt kommen sie von hinter uns. Egal, ich nehm mich das Versorgungspaket. Ja. Und fang dann erstmal da rein. Beeil dich. Aua. Aua. Mann, wie weit soll ich denn laufen mit dem Ding? Wow. So, Erste ist drin. Jawoll. Ich kümmere mich um die Typen, du kannst das nächste holen. Pass auf, kommt der Weg, der ist eine Kanate. Eiferstand. Ich habe mich gar nicht mit dem Eifer des Gefängts. Okay, der nächste ist Outdown. Ich hole das nächste. Jawoll. Die werden uns nicht knacken. Oh, jetzt kommen sie. Okay, ich bin schon da. Aua. Stell ein Geschütz. Ja, wäre super. Ja, aber ich bin noch zu weit weg. Warte. Kommen euch schon die Tränen? Kommen euch schon die Tränen? Shit, steht. Ja, mir kommen schon die Tränen. Oh, scheiße. Scheiße, ich sehe nichts mehr. Der hat mich. Miri, ich komme zurück. Okay, komm schnell zu mir. Ich versuche es. Okay, danke. Okay, bitte. Sind sie schon alle tot? Ja, ich hole mal den nächsten. Wo müssen die rein? Ja, nein, ich mache schon. Ich weiß ja, wo die ist. Ja, okay. Die werden bestimmt dann von hier kommen, ne? Oder von der anderen Seite. Ich sehe sie nicht, ich höre sie nur. Bis jetzt sehe ich gar nichts. Okay. Schön, dass man so einen weiten Weg hat, ey. Wo muss man denn hin? Hier um der Eck. Hier hinten rein. Ach du Scheiße. Ach hier? Oh, ey. Einer noch. Okay, soll ich mal einen nehmen, oder? Dann hättest du vielleicht sofort mitbringen können. Ah, ja. Ich höre die wohl. Aber bis jetzt kommt nichts. Halten wir mal den Rücken frei. Naja, mach dir mal keinen Kopf. Bis jetzt ist soweit alles sauber. Na, dann ist vielleicht Ruhe im Gelände, oder wie heißt das? Ich glaube, da kommt auch keiner. Ja, dann... Du brauchst die nicht zu verstecken, ich tue dir nichts. Das müsste es sein. Jawoll. Jawoll. So, das können wir einsammeln. Aber ich höre immer noch da hinten, immer noch dieses Piepen. Danke. Ja, da ist links ist irgendwo, oder? Ja, da ist links ist irgendwo, oder? Irgendwo muss es sein. Hier liegt noch was blaues. Für dich. Ich hab nichts mehr da liegen. Links ist doch irgendwo links. Ja, hier irgendwo. Warte mal. Da liegt er doch. Wo? Pass auf, genau vor dir. Ich schieße drauf. Ach ja. Okay, super. Ich hab schon gedacht, hä? Okay, da hinten sind Gegner angezeigt, aber da müssen wir ja eigentlich gar nicht hin, ne? Wir wollten ja auch jetzt weiter zum Kampf, nach unten. Ja, ich meine, die können die Gegner schon wegmachen, so ist das nicht, ne? Ja, komm, lass uns den Kampf machen, umso schneller kriegen wir unsere Points. Moment, ich muss mal gucken, welchen Kampf, welcher war das jetzt? Der hier. Straßensperre oder was? Aber ich würde eher den Nebeneinsatz machen. Die Feindbasis angreifen. Hä? Die Feindbasis angreifen müsste das sein, die hatten wir doch gesagt. Da hinten runter? Ja, und dann wollen wir doch rechts rüber. Ja, okay, dann machen wir den. Nö. Okay, dann würde ich mal sagen, go, go, go. Go, go, go. Was macht der denn hier? Hm? Sag mal, wer ist das hier? Ist das der Schlechter? Also, mein Freund. Hör mal, hör mal zu, Junge. So nicht, ne? Kollege. So nicht. Okay, komm, weiter. Okay. Also, sowas mit dir zu machen, geht gar nicht, ne? Guck dir das mal an, Don. Guck mal hier, Don. Komm mal zurück. Guck mal, was die hier dran gebaut haben. Hast du das gesehen? Hier an dem Auto. Guck mal, die Seile, was da hinterher gezogen wurde. Siehst du das? Ich sehe aber die Typen, die da stehen. Ja, die sehe ich auch. Aber das machen wir mit dem Geschütz, denke ich mal. Ja, Rollmine fliegt. Rollmine fliegt. Und Geschütz fliegt auch. Jawohl. Alles, was geht. Ich würde sagen, wir sind sehr effektiv gewesen. Das war's schon? Nee, mit Sicherheit noch nicht, oder? Ich sammle mal ein. Ja. Das war die Vorhut wahrscheinlich. Da hinten sind die richtigen. Oh, oh. Nimm dein Geschütz mit. Ja, das schon. Das ist schon am Rambri-Spawn. Äh, wir warten mal, bis das Geschütz und die Rollmine wieder da ist. Da würde ich sagen, weil da hinten sind doch wieder ein ganzer Haufen. Siehst du sie? Ja, ich sehe die. Ich lade mal nach. Wenn wir da eine Basis angreifen, kann das schon heftig werden. So, Rollmine-Geschütz ist vorhanden. Ja, beides. Ich würde sagen, wir rutschen noch ein Stück vor. Ja. Warte, ich rutsche auch noch einen vor. Warte mal. So. Hier ist neben mir noch ein schönes Plätzchen. Ah ja, du bist ja ein ganz cleverer, ne? Okay, ich setze das Geschütz ein. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Ich setze auch Geschütz ein. Bis, bei drei. Eins, zwei, drei, go. Okay. Das war mir zu leicht. Na, es war auch noch nicht. Wir sind auf dem Weg dahin, aber wir sind noch nicht da. Oh, da sind die Nächsten. Moment. Ne, sind keine, oder? Ich kann wieder was piepen. Ja. Definitiv wird es lauter. Ja, ich höre es auch. An alle Einheiten, die Rikers nutzen den Park bei der 52. West als Festung. Seien Sie dort vorsichtig. Ich habe ihn. Ich setze ihn aus der Kontrolle. Sehr schön. Aus der Kontrolle. So, aufpassen. Ja. Hier ist wieder irgend so ein Vogel. Ja. Den Anführer in gelb. Ja, ich sehe den. Ja, der wird nicht einfach. Den Park hatten wir doch schon mal, oder? So was ähnliches. Ich weiß es nicht. Ja, so was ähnliches. Ähm, wir müssen alles einsetzen, was wir haben. Ja, am besten ganz effektiv, so wie wir es gerade gemacht haben. Einer rechts, einer links und dann... Ja, ich rutsche vor. Ich gucke mal, ich gucke mal, dass ich da irgendwo hinkomme. Ich sehe den Anführer. Ich versuche halt, Geschütz mal aufs Auto zu setzen. Den anzulocken. Aber... War nicht so einfach. Ist der alleine? Glaube ich nicht. Ne, ist der auch nicht. Ich setze das Geschütz mal auf den LKW. Ja. Gucken wir mal, was passiert. Na toll. Was hast du denn jetzt gemacht? Jetzt geht's los. Ich hab geschützt gestellt. Ach du Scheiße. Ich komme von allen Seiten. Komm zurück. Kann ich nicht. Geht da rüber. Fick dich doch. Lass dir so nicht. Ich schau dich hier. Was sagt der Kopfhörer? Au, 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 au. Au, 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 au. Bei mir auch, der Dicke ist hier. Der Dicke ist bei mir. Au, au, ich bin down. Oh man, Leute. Falsche Taste. Ja, absolut. Falsche Taste. Da kommt eine Umelke. Da kommt eine Umelke. Die kommen Umelke. Die sind bei mir alle. Au ab da. Ich bin down. Der Volkstrecke hat mich weggemacht. Der Volkstrecke hat mich getötet. Das kann ja nicht wahr sein. Das war nicht leicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aua. Du lebst noch? Da nicht mehr lange. Naja, bleibst du down. Wo bist du? Ich lieg hier hinten. Komm mal zurück. Komm mal hier hin. Wo ist hinten? Ja, komm weiter, geradeaus. Lauf auf mich zu, auf den LKW. Genau. Ich bin gleich tot. Ach, die schießen mich hier. Ach, ich bin auch tot. Warte, ich mache einen neuen Start. Ach du Scheiße. Die kommen ja von beiden. Äh, Untoom's Hope oder wo? Und was am nächsten ist, wenn ich sage. Ja, sind beides 0,2. Beides 0,2. Ja, dann nimm irgendeinen davon. Einmal Wolf's Den oder Untoom's Hope. Muss man immer auf die Karte gucken. Such dir einen aus. Ach, scheiße, ist beides Scheiße irgendwo. Beides Scheiße irgendwie. Aber Wolf's Den ist besser. Okay. Ich nehme Wolf's Den. Ei. Mach du das auch? Wie? Ne, ich muss hier liegen bleiben, sonst werden die Gegner neu gespawnt. Dann haben wir wieder alles von vorne. Das ist scheiße. So, ich komme mal. Ja. Bin off the way. Okay. Ich weiß nicht, ob ich dazu packe, aber... So, mal gucken, wo liegt sie denn? Hinterm LKW, natürlich. Wo liegt denn die Miri? Die Miri liegt hinterm LKW, am Sierra LKW hier. Miri? Ja, hier, hier. Ich küsse den Schnee. Miri? Ja, hier. Ich hab hier Gehschnaß. Ja, und hier läuft grad einer über meine Füße. Aua! Ah, der steht hier auf meine Hand. Der tritt mir grad ins Gesicht. Aua! Ich seh da Licht. Darf ich ins Licht gehen? Aua, 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 aua. Au. Aua! Könntest du mal... Könntest du eventuell mal in Deckung gehen? Das wär so super, wenn du dich mal bewegen würdest. Au, 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 aua, aua, aua. Au, aua, 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 aua. Dann nimm ein V, ein Päckchen. Ein Päckchen des... Jawoll. Oh, die haben hier schon wieder im Griff. Au, au, aua, aua, nimm noch ein Päckchen. Nimm noch ein Päckchen. Ich weiß, das ist alles Schitte. Aber ich muss mich ja auch noch hier irgendwie, ne? Au, aua. Ich glaub, wir haben den falschen Kampf ausge- Glaub auch, ey. Also diese blauen Diener sind ja echt schwierig, ey. oh schau ja oh 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 nimm geschütz irgendwo du bist ja hinterlaufen komm mal aus der kämpfe zurückweichen der schnee schmeckt lecker der schnee schmeckt lecker oh 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 v deine medikids sind gleich alle verballert ich hab sie alle weg gemacht hier das ist gut aber du hast keine medikids mehr das ist weniger wo muss ich überhaupt hin ey oh nein er weiß es nicht nicht ins licht ich weiß nicht wo ich hin muss nicht ins licht doch nicht ins licht ich geh ins licht nein geh nicht ins licht auf keinen fall ins licht warte nein don nicht ins licht ich muss ins licht nicht ins licht don da ist das licht seh ich den don denn schon irgendwo ne ich seh ihn auch noch nicht ich komm mal nicht an denen vorbei das ist alles noch viel schlimmer ich muss gegen die kämpfen ich hab hunger toll oh erstmal schnee schlecken erstmal schnee schlecken finito ja komm mal her finito komm mal her ja ich blute grad die sau und ich muss ja irgendwie meinen bluthaushalt wieder neutralisieren ne ja das stimmt also schnee schmeckt natürlich muss ich raus aber ihr kriegt jetzt auch was und zwar ein rolli ja wir müssen mal gucken wie wir die rolle ein bisschen aufpimpen weil das geht gar nicht wir müssen ja langsam mal die bessere rolle aber wahrscheinlich brauchen wir da wieder für den oooh da hat ein vvvvv ähm vielleicht brauchen wir da wieder für den technischen dann könnten wir anscheinlich die rolle rollen die kommt von allen seiten ne ö vvvv bin down war der falsche weg man falsch gelaufen ok passiert ich mach anzut ne moment Doch, wolfs. Bringt alles nix. Okay. Ach, shit. Ah, aber wie das weitergeht, Leute, das sehen wir im nächsten Teil. Also macht's gut. Bis dann, tschöööööööööööööö. Ich schmecke Schnee.